Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir hoch auf das Äppele, dies ist eine Jausenstation, und zurück über die obere und untere Rossalpe nach Tarnheim. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran! Bis zum nächsten Mal! Zur Zeit befinden wir uns auf der alten Forststraße hoch zum Äppele. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 sind wir am Apple angekommen wie es danach weitergeht ist noch fraglich ob wir zurückgehen oder eine Rundtour machen über die obere bzw. untere Rosshalbe müssen wir gucken wie ich mit der Trittsicherheit bin auf jeden Fall ist sie besser wie gestern Gott sei Dank was da gestern los war keine Ahnung wir haben uns entschieden dass wir weitergehen ob wir dort ankommen wissen wir nicht aber auf jeden Fall ist jetzt die Richtung obere Rosshalbe wenn wir es packen sind wir glücklich wenn ich sind wir es auch nur dann gehen wir wieder zurück da ich gleich meine Stöcke auspacken muss werde ich keine Videos mehr drehen es werden ab und zu Bilder eingeblendet okay aber Hallo Leute, da bin ich wieder. Eine sehr, sehr herrliche Landschaft hier. Grandios. Muss man einfach live dabei gewesen sein. Aber seht selbst. Wo wir jetzt gerade sind, ist der Schnurhof. Jetzt geht es direkt nach Tannheim über die untere Roßalbe. Da wir da wieder Wanderstöcke brauchen, werde ich die Kamera wieder einpacken. Musik 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 Geht es weiter. Noch etwa eine Stunde, dann sind wir unten im Tal. Hoffen wir, denn es sieht nach Regen aus. Musik 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 Ich gebe mir ein Stück nur rechts, dann kann ich der Einstein besser drauf. Nee, du bewegst dich nicht, ich beweg mich. Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir hoch zum Ebbele und zurück nach Tarnheim über der untere und obere Rossalm. Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir auf das Ebbele. Dies ist eine Berghütte. Kann ich das so sagen? Was ist eine Berghütte? Das ist eine Jausenstation. Nee, komm mal Frage, dann machen wir Stopp. So, hallo Leute, da bin ich wieder. Serv. Wo wir uns jetzt gerade befinden, ist der Schnurschrofen. Jetzt geht es zurück nach Tarnheim über die untere Rossalm. Deswegen... ...habe ich einen... ...und wo wir sind, ist der Schnurschrofen. Wir sind gerade vom Urbacher... ...äh... 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 ...äh...